Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Sendung von Ideas TV. Die US-Notenbank hat die Zinsen bereits spürbar angehoben, trotzdem steigt die Inflation auch in Amerika immer weiter an. Wie viele Zinsschritte dürften noch folgen und welche Auswirkungen hat das auf die Konjunktur? Das verrät uns heute Dr. Jörg Krämer, Chefvolksurber der Commerzbank. Hallo, ich grüße Sie. Ja, hallo Herr Kesselhut. Ja, heute Abend wird die US-Notenbank FED einen weiteren Zinsschritt verkünden. Womit rechnen Sie? Ja, ich rechne damit, dass sie noch einmal einen großen Zinsschritt macht, das heißt eine Erhöhung des Leitzinses um 0,75 Prozentpunkte in einem Schlag. Das kommt selten vor. Sie sehen ja auch hier mal die Veränderung des Leitzinses in den jeweils zurückliegenden sechs Monaten ab 1985. Und Sie sehen, in den zurückliegenden sechs Monaten mit der Prognose heute Abend ist der Leitzins dann gestiegen um ungefähr drei Prozentpunkte. Und einen so schnellen Anstieg im Leitzins haben wir in den zurückliegenden seit 1985 noch nicht gehabt. Trotzdem dämpft das ja die Inflation nicht wirklich, wie die neuesten Daten ja gezeigt haben, die Inflationsdaten noch mal gestiegen zuletzt. In den USA, woher kommt das und was kann die FED eigentlich noch machen? Ja, die amerikanische Notenbank wird deshalb wegen des Inflationsdrucks weitermachen mit der Leitzinsanhebung. Sie sehen hier in schwarz, was der Terminmarkt einpreist. Der geht über viereinhalb Prozent hinaus und die Risiken bei der Leitzinsprognose in Amerika sind ganz klar nach oben gerichtet. Und dürfte die Wirkung dann auch irgendwann ankommen? Also wann rechnen Sie mit sinkenden Inflationsraten in den USA? Ja, irgendwann ja. Aber die Geldpolitik wirkt natürlich langsam. Im kommenden Jahr, denke ich, wird die Inflation etwas zurückgehen. Allein deshalb, weil die Energiepreise nicht weiter so schnell steigen werden. Aber das wird ein kein nachhaltiger Rückgang der Inflation im kommenden Jahr werden. Denn der Arbeitsmarkt in Amerika ist unglaublich eng. Das zeigt dieses Schaubild hier ab 2001. Sie sehen hier, dass zuletzt zwei offene Stellen rechnerisch auf einen Arbeitslosen gekommen sind. Also das ist ein super enger Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosen können sich quasi die Stellen aussuchen. Und das erklärt ja auch, warum der Anstieg der Löhne sich so beschleunigt hat. Also auch der Anstieg der Arbeitskosten. Und das treibt im Hintergrund immer noch die Inflation und wird nach meiner Meinung verhindern, dass wir bereits im kommenden Jahr einen nachhaltigen Rückgang der Inflation sehen. Die Geldpolitik wirkt halt auch mit der sehr großen zeitlichen Verzögerung. Das war das Bild USA. Jetzt haben wir aber auch ein Inflationsproblem in Europa. Was unterscheidet die beiden voneinander? Ja, also viele sagen natürlich, bei uns ist der Anteil der Energie wichtiger, um zu erklären, warum bei uns die Inflation auf über 9 Prozent gestiegen ist. Ja, da geht etwas mehr bei uns auf Energie zurück, weil wir Nettoimporteur sind, anders als die Amerikaner. Aber auch bei uns sind jenseits der volatilen Preise von Energie und Nahrungsmittel. Jenseits davon sind die Verbraucherpreise auch auf breiter Front gestiegen. Das zeigt die sogenannte Kerninflation im Euroraum, die ja vor der Krise lag bei ungefähr 1 Prozent. Und sie ist auf über 4 Prozent gestiegen. Das heißt, wir haben auch ein tief liegendes Inflationsproblem im Euroraum, nicht nur in den USA. Wie stark schätzen Sie die konjunkturbremsende Wirkung von diesen Zinserhöhungen ein? Stichwort Rezession. Ja, also in Amerika war es so, wenn wir einen Zinserhöhungsprozess hatten in drei von vier Fällen seit Ende des Zweiten Weltkrieges, endete das in den USA mit einer Rezession. Jetzt haben wir ja gesehen, dass das Tempo der Zinserhöhung sehr ausgeprägt ist. Also wir rechnen mit einer Rezession für Amerika und zwar für das erste Halbjahr nächsten Jahres. Was bedeutet das denn in der Konsequenz für die Aktienmärkte, speziell auch den DAX? Ja, wir sehen ja hier der DAX seit der Jahreswende in der Tendenz abwärts gerichtet. Viele institutionelle Anleger, also Fondsmanager, Versicherungen etc. haben Aktien schon verkauft, sind schon Untergewichte. Das gilt aber nicht für die Privatanleger in den USA. Und wir werden ja eine Rezession höchstwahrscheinlich bekommen in den USA, im Euroraum erst recht, wegen des ausgeprägten Energieschocks. Ja, und dann werden vermutlich dann die Unternehmen auch unter Druck geraten, werden mehr Gewinnwarnungen aussprechen. Und das ist eigentlich das Hauptargument für mich, dass ich glaube, dass der Tiefpunkt beim DAX noch nicht da ist. Vielen Dank, Herr Dr. Krämer, für Ihre Einschätzung und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, wenn Sie in der nächsten Woche wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut. Mein Weg an die Börse. Das Online-Börsenspiel von Societe General. Hier kann ich in Echtzeit Aktien und Derivate kaufen und verkaufen, meine eigenen Handelsstrategien testen und das ganz ohne Risiko. Werden auch Sie Börsenprofi und gewinnen Sie als bester Trader 2022 einen Jaguar F-Pace. Mein Weg an die Börse. Gehen Sie mit. Jetzt anmelden unter trader-börsenspiel.com.